Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 29. Oktober 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 491 und nein, ihr seid nicht in der falschen Woche gelandet. Ich werde nur heute den Achim ersetzen. Was heisst hier ersetzen? Das kann ich ihn nicht. Ich werde ihn vertreten und ab morgen wird er dann für euch die News vortragen. Wie ich habe die folgenden Themen mitgebracht, Qualcomm, Red Hat, Huawei Klon und Podcatcher. Ich beginne gleich mit dem ersten. Qualcomm und Apple, die sind schon seit einigen Jahren mit diversen Prozessen aneinander geraten und tun es immer noch fleissig und werden wahrscheinlich auch noch viele, viele Jahre damit beschäftigt sein. Die einen sagen, es werde zu viel verlangt, die anderen sagen, sonst irgendetwas. Wie es immer so ist mit diesen Geschichten, dass hin und her, ja, einer hat immer recht und der andere sowieso. Und schlussendlich kommt dann irgendeine Zahl raus, die gezahlt werden muss. Aktuell sagt mir das Qualcomm, dass Apple ihnen 7 Milliarden Dollar an Lizenzgebühren schuldig sei. Das Spezielle an dem Ganzen ist, dass nicht mal Apple direkt das Ganze bezahlen muss, sondern dass das über Dritt zuliefer geht. Wer sich da ein bisschen genauer einlesen mag und ein bisschen updaten will, der kann das auf daily.geektalk.ch bei der aktuellen Folge GT491. Da findet ihr einen Link dazu zum Nachlesen. IBM und Red Hat. Das ist auch schon eine Geschichte, die schon seit vielen, vielen Jahren läuft. Seit über 20 Jahren arbeiten die beiden schon zusammen. IBM hat sich ja ganz, ganz, ganz stark gewandelt und ja, ist eine komplett andere Firma, als sie früher mal war. ist mittlerweile komplett im Cloud-Business angekommen und da auch tätig. Und Red Hat hat eine andere Ausrichtung. Was sie beide gemeinsam haben, sie beide sind im Bereich Linux und Open-Source-Software vor allem unterwegs. Und da hat jetzt IBM angeboten, allen Stammaktien 190 Dollar zu bezahlen. Das heisst, insgesamt wäre das ein Wert von 34 Milliarden, die da auf den Tisch gelegt werden, für die Komplettübernahme von Red Hat. Ich würde es spannend finden, bin gespannt, wo das dann hingeht. Und ja, noch mehr gespannt bin ich dann über den Namen vom neuen Red Hat Release, ob das dann unter dem OS2 weitergeht. Kleiner Scherz am Rande. Oder vielleicht auch die Hoffnung. Wie auch immer, ein schönes System war es mal. Gehen wir weiter mit Huawei. Und das ist schon mein letztes Thema für heute. Die haben nämlich am Mate 20 Event vor, das ist ja schon wieder zwei Wochen her, nicht nur das Smartphone vorgestellt und die neuen Wearable-Geschichten, sondern auch ein, günstig ist er auch, aber ein Sprachassistent in Form von einer Kugel. Also eine konische Form auf jeden Fall, a la, ja wie gibt es da Echo, Google Home oder HomePod bei Apple zum Beispiel. Der hört auf dem Namen Huawei AI Speaker und soll genau das tun. Da sind sechs Mikrofone verbaust, zwei Passivbässe und ein Lautsprecher mit 10 Watt, die für insgesamt 60 Dollar über den Ladentisch gehen. Also hier sieht man, das grenzt sich deutlich jetzt von dem HomePod oder auch von dem grossen Google Home Max und so weiter ab. Da zielt man dann eher auf die kleinen Geräte, wie es Amazon macht oder auch Google mit dem Mini. Und beliefert wir das Ganze nicht mit dem Google Assistant oder mit Alexa, sondern mit dem Huawei-Assistenten Schaui, wenn ich dann jetzt richtig ausspringe, funktioniert über eine High-Link-Konnektivität. Und das alles zeigt ein bisschen, das Ding werden wir so schnell wahrscheinlich nicht in unseren Gefilden sehen. Das ist eher gerechnet für den asiatischen Bereich. Ich würde mich wundern, wenn es eben darüber hinausgeht und vor allem, ob man es hier auch über den Assistenten macht oder ob man da auf bewährte Geschichten wie eben den Google Assistant oder Alexa zurückgreift. Das wird sich sicherlich in den nächsten Jahren, Monaten dann zeigen, inwiefern, dass der auch Deutsch und andere Sprachen in unserer Region verstehen wird. Als etwas kleines Letztes, da ich relativ spontan übernommen habe, noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr so einen Podcast wie jetzt diese Daily hört, dann habt ihr ziemlich sicher einen Podcatcher. So ziemlich sicher scheint das nicht zu sein, zumindest wenn ich so teilweise in die Statistiken schaue von der Daily. Da hören viele von euch das auch im Browser an. Für den Fall, dass ihr noch nicht den richtigen Podcatcher eurer Wahl gefunden habt. Podcatcher.ca ist ein eigenes Projekt von mir, wo ich verschiedene Podcatcher für Android, für iOS, für macOS, für das Web und aber auch für Windows-Betriebssystem, unter anderem auch für Linux, wir dann noch Folgen angetestet habe oder ausführlich getestet habe und dazu dann nach gleichem Schema ein Review geschrieben. Kommt bald auch in Podcast-Form. Wer sich da ein bisschen einlesen will und einen neuen eigenen Podcatcher suchen möchte, kann sich da ein bisschen einlesen. Viel Spass dabei und ihr dürft das natürlich auch gerne weitergeben. Anderen, die auf der Suche sind, das Ganze zum Nachlesen geben oder vielleicht sogar bei eurem Podcatcher der Wahl, zum Beispiel Atenapod oder einem Apple Podcast, Overcast, Podcat und so weiter, da dürft ihr natürlich auch einen Kommentar drunter schreiben, wenn ihr es nicht ganz so seht, wie ich da beschrieben habe und oder wenn ihr es so seht, wie ich das gesehen habe. Ist natürlich in beide Richtungen möglich. In diesem Sinne, besten Dank für das Verfolgen des Projektes, euch einen schönen und erfolgreichen Start in die neue Woche und ab morgen, wie gesagt, dann mit dem Achim. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.